Happy Birthday Sisrei, Happy Birthday Abida Sultanah, Happy Birthday Tirumutu, Happy Birthday Balfair Balfair, Happy Birthday Manday Ude, Happy Birthday Naimundi Ska, Happy Birthday Armen Ansari, Happy Birthday Akas Ali und teuscht dich mal wieder, Grotopia, viel Spaß. Okay, wir sind schon mal hier und wir werden gleich uns hier dann den Server anschauen. Schauen wir nur kurz nach meinem Bäumchen. Und noch mal Platz. Alles voll. Was mache ich jetzt? Ich glaube ich erst mal nach oben. Mach mir ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz in der Tasche machen. Da, 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 da. Komm, aber hier noch mal so ein bisschen zu machen. Zack. Was ist das hier eigentlich? Neun Stück kam ich noch. Ups. So, und wir sind gleich da. Schlafhaus am wehen und den nächsten Baum da wegzuhauen. Mach mal erst mal das hier. Sieht so doof aus. Egal. Ähm. Hauen. Achso, ja. So. Kein Platz für Seite. Hütti, du, du. Hütti, du, du. Hütti, du. Hütti, du, du. Hütti, du. Hütti, du. Dach unter pflanzen wir die Bäume. Hier kann ich alles voll mit die Blacke, die ich noch habe, so... Hütti. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 da bin ich da und dann schauen wir uns gleich die anderen zerber an ich muss nicht ist nicht gespeichert hmm so, enter system in this format port.id if wordname black wordname is delvaga vaga 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 also die Tür heißt nöde zwei jetzt habe ich Prägen zur Klebe durchsit nöde eins oh ich glaube zu viel zeichen abgebrochen ja okay egal mache ich das ein andermal wenn ich die Tür ja sowieso immer nur so habe dann bringt er mich mal zum Exit also wir schauen uns jetzt die anderen Server an wir haben hier mein Server Voltet super hier aufstehen ja 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 Okay. Sobald das Wasser wohnen, bin ich tot. Sobald das Wasser wohnen, bin ich. Sobald das Wasser wohnen. Sobald das Wasser wohnen. Ach komm, wir gehen zum anderen Server. Exit das Vault. Geh mal da rein. Okay. Ah, okay. Hm. Ah, Centimite. Oh. Okay. Bei Ports? Oh. 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 Oh, ich bin jetzt Amerikaner. Ja, da drin ist ein Minispiel. Ja. Offline. Okay, ich schau das nächste an. Ah, ich bin jetzt in der Komme. Hier komme ich zum schwarzen Loch, zum Portal. Alles abgeschlossen. Gäste nicht abgeschlossen, oder? Doch auch. Okay, ich verstehe. Wenn ich hier eingehe, werde ich zur Kamera geportet, ja? Aber was bringt mir das? Was habe ich da vorne? Oh gut, gehen wir wieder raus. Zack. Und schauen wir uns das nächste an. Bei Krohn? Ohne kaufen. Ohne. 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 der Power Girl. Ok, bei Crown heißt man kann sich die Kohle kaufen, bei Faul bestimmt ein Handy kaufen. Die Jaza? Was ist die Jaza? Es nervt für ein bisschen, dass der Shit immer aufgeht. Bei Jaza? Der Hintergrund sieht schon mal cool aus, aber... Welcome to the Jaza. Und sich paar Steine sind hier, ok? Dice Game. Offline. Hm. 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 Was ist das? hier ist wahrscheinlich immer das ding ist programmiert weil immer sehe ich so ein warte mal ich kann hier doch was hinstellen oder es ist die ganze welt gesaved gelockt lass mich hier wieder raus man kann auch wieder luft springen und raus schade aber so viel diamant 997 hier kann man auch in der luft springen ok ich gebe mal den server german ein germany leider nicht ganz anschauen schade man ist hier gefangen dann schaue ich mir mal den server indonesien an indonesia ja Okay. Indonesien vielleicht. Okay, Indonesien. Komm ich auch nicht raus. Schade. Dann schau ich mir den server mal an. Ich schau uns noch an. India. In India. Okay. Dann India war das. Und wenn ich Indien eingebe. Indien kann ich abbauen. Cool. Kann ich den zu meinem server machen? Gib mir hier Sachen, was ich noch nicht habe. Die Sachen habe ich alle schon. Ich habe wenig Lava. Lava. Ich mache hier ein paar Lavas mit. Wollen wir nicht so viel klauen. Okay. Ich schaue mir noch ein server an und dann sage ich mal, wenn ihr was habt, was ich mir anschauen soll, schreibt das in den Kommentaren. Oder wenn ich ein anderes Spiel spielen soll, schreibt mir das auch gerne in den Kommentaren. Was ist das? Was ist das? Allianz? Außer Allianz. Außer Horde. Bei der Rolle ist wenigstens etwas. Ich komme zwar nicht weiter, aber... Hier ane. Das ist... Das ist ein Mal. Ok, das ist auch ein Mal. Au. 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 warum ich ja noch durch nein nein ich habe es doch geschafft ok warte 3 2 1 und nein ich soll doch nicht mehr darüber ach mensch so immer diese schampel anspiele hier ich bin doch durchgekommen ok und Na? Gibt's doch nicht. Und dort. Ah, wer will es sehen? Jawohl. Hey, Oryf. Dungeon. Den kleinen Fuß. Noch nicht mal berührt. Was soll man denn da rüberkommen? Hallo? Hallo? Ich kann hier hoch springen, aber ich komme dagegen, wenn ich springe. Und dann müsste ich hier irgendwie rüber springen, ja? Wie soll das gehen? Vor allem, weil ich mit dem kleinen Zeh da drauf bin, bin ich tot. Ich muss also schon irgendwie an der Decke hier lang schweben. Okay, warte mal. Nee, so geht das auch nicht. Ich muss mit Anlauf reingekommen und sofort springen. Ich muss irgendwie den perfekten Moment... Ich gebe auf. Das ist... Das ist doch unmöglich. Dann müsste ich hier lang und dann da durch dieser Tür. Die Tür ist aufgestacheln. Hallo? Aber Waterfallcraft gibt es. Ja, was ist das hier? Ach, wieder was zu kaufen. Sehr gut. Aber ich muss sagen, das war es für heute. Ich gehe wieder bei Server rein, zeige ich euch schon für Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr da längst vorbei seid. Wenn es da wünsche ich euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.